Willkommen zurück an Bord unseres Airbus A320neo, zusammen mit meinem Kapitän, der Yankee, hier als bezaubernder Bruchpilot. Mein Name heißt Garderol und ja, ich sollte irgendwas machen. Genau, also eine Sache ist mir gerade aufgefallen, nämlich man konnte das VOR oben in der Außenansicht sehen, da wurde es angezeigt. Das probieren wir gleich nochmal, aber erstmal drehen ein kleines Stückchen mehr Richtung Westen, also ich würde sagen so 250 Grad ist für den Anfang ganz gut. Das ist aber nicht ein kleines bisschen, das ist ein kleines bisschen viel schon, 50 Grad. Ja, aber das bringt uns glaube ich, dann können wir es gleich intercepten, das passt dann. Und dann gibt man unten nochmal in dem Computer bei dem Radnav den Kurs ein für das VOR und zwar nehmen wir da einfach mal so ungefähr den Runway-Track, würde ich sagen. Das ist nämlich 183 und das kommt dann in das Kursfeld, ne das zweite von oben. Genau. Ja, und dann guck nochmal in die Außenansicht. Und jetzt siehst du, nämlich oben links, das erkennst du noch von unserem ILS-Video, dieses VOR und das wird uns jetzt tatsächlich möglicherweise richtig angezeigt. Du klingst schon so ein bisschen gemein, das muss man ja sagen. Es wird uns möglicherweise in dieser Flugsimulation korrekt angezeigt. Naja, also ich bin guter Dinge, dass das korrekt ist. Also es sieht erstmal quasi so aus. Oh, ein Tulpenfeld. Schön. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass es halt im Cockpit uns nicht angezeigt wurde jetzt, weil das fände ich, ist eigentlich ja schon, dass man jetzt in der Innenansicht fliegt, nicht was völlig Ungewöhnliches und dass man so ein VOR benutzt, ist jetzt auch keine total freakische Airbus-Funktion, sondern was eher normales. Du siehst jetzt, wie die Nadel hier oben langsam in die Mitte rutscht, ne? Und wir wollen gleich nach links fliegen, also auf Südkurs, und zwar so, dass wir über dieser Nadel sind ungefähr. So, und die kommt jetzt ziemlich schnell näher, das heißt, du gehst jetzt am besten schon in die Innenansicht und drehst dir das Heading auf 180 wieder. Ups. Ist das wirklich so ein Klickerschalter? Ich glaube, der macht dann echt, also, die Geräusche sind nicht ganz so authentisch, würde ich es behaupten. Okay. Das ist jetzt, also das wäre auch was, wo ich jetzt sagen würde, das finde ich auch tatsächlich nicht so wichtig, das verzeihe ich den Entwicklern gerne, dass das Geräusch vom Drehschalter nicht so ganz war. Ja, wir sehen mal, wie wir langsam aber sicher das abfangen und sich das, ja, die Kontrollreferenz zwischen die Pfeile bewegt. Also zwischen den Gegenstrich und den Pfeilen, ja. Genau, also das ist nochmal so zur Erinnerung, das hatten wir ja schon mal erzählt, aber ganz grob, so wie wir das eingestellt haben, dieses VUA, das steht ziemlich mittig auf dem Flugplatz, ist sehr dicht dran, auch an der Runway, auf die wir fliegen wollen. Und wenn wir den auf den Kurs von der Runway eingestellt haben und diese Linie wäre genau auf der Mitte, dann wären wir ungefähr, es passt nicht ganz, weil das VUA nicht ganz in der Verlängerung der Runway steht, aber ungefähr wäre es so, dass wir in der Verlängerung der Runway fliegen würden. Okay, ein bisschen nach rechts musst du, weil der Kurs ist ja 183, da habe ich ein bisschen vereinfacht. Also vielleicht gehst du mal auf 183, beziehungsweise sagen wir mal vielleicht 185, denn wir sind ein bisschen zu weit eigentlich auf der linken Seite. Dann holen wir das leicht rein. Okay, dann könntest du den LS-Button drücken, der ist auf dem oberen Panel ziemlich weit links, genau der hier. Und dann bekommst du jetzt auf dem PFD die Daten von dem ILS angezeigt, also solltest du angezeigt bekommen. Ja, ich spreche ganz viele Punkte, guck mal. Dann guck doch einmal kurz nochmal auf dem Computer unten auf Radnav, ob das denn richtig eingestellt ist. Da steht ILS 18, das ist schon mal gut, aber es steht keine Frequenz dahinter, das ist möglicherweise das Problem. Vielleicht drückst du am besten mal kurz Pause, weil ansonsten kommen wir zu schnell und da müssen wir nochmal wieder alles rausfliegen. Ja, das ist auch nicht gut, wenn wir zu schnell kommen. Ich guck mal nach, was ist die Frequenz, das müsste 109,5 sein. Gut, 100, 109.5, das war nicht gut, Punkt 5, ja. Ja, das packen wir jetzt hier rein. Genau, dahin, richtig. So, und dann guck nochmal aufs PFD, ob es jetzt angezeigt wird. Ja, wird es. Wo? Und da siehst du jetzt, also einmal ganz unten links in der Ecke siehst du die Empfangsdaten von dem ILS. Das sagt ja jetzt ZWA, das ist der Identifier von dem ILS, das würde man jetzt eigentlich auch nochmal in der Flugkarte überprüfen, dass da das Gleiche steht. Dann weiß man nämlich, dass man auch wirklich mit dem Richtigen verbunden ist. Ähm, und dann siehst du da drunter die Frequenz und da drunter siehst du die Distanz. Das ist eine DMI-Distanz zur Landebahn. Das heißt, wir sind 14,2 Meilen weg. Und weil wir so viel Zeit vertrödelt haben, sind wir schon ein bisschen hoch. Und weißt du, woran du das siehst? Ähm, dass der violette Diamant unterhalb des Horizonts ist? Also unterhalb von dem Ding hier? Ja, also genau genommen unterhalb der gelben Linie. Das ist ja so eine gelbe Linie. Und dadurch weißt du, äh, der Gleitpfad, der ist unter dir. Das heißt, du müsstest jetzt ziemlich doll sinken. Und woher siehst du, ob du links oder rechts von der Runway bist? An dem anderen Diamanten hier unten, oder? Genau. Und an dem Strich hier? Äh, naja, das ist der, die Richtung, in die die Runway ausgerichtet ist. Ach so, okay. Aber dann wäre das, aber nee. Also ich muss auf jeden Fall nach rechts korrigieren, richtig? Genau, du musst nach rechts korrigieren und nach unten. Das heißt, ich gebe hier, äh, auf 190 oder so? Ja, ich würde sagen, nimm ruhig ein bisschen mehr. Nimm ruhig dir 200 oder vielleicht sogar 205 raus. Ähm. Oh nein, oh nein. Oh nein. Wir sollten die Pause gleich zeigen, da beenden. Okay, und? Und, äh, wir müssen auch sinken und deswegen drehst du die Höhe runter, mal auf 3000 Fuß, würde ich sagen. Ups. Alter, ah! So, ja. Und, ähm... Was passiert denn da jetzt gerade? Was tut denn das Teil? Ja, wir gucken mal gleich mal, was passiert, wenn wir da rausgehen. Und dann drückst du... Ich freu mich schon. Dann... Da musst du noch ziehen an dem, äh, an dem, äh, an dem Altknopf, um in den, also, genau, in Heading muss, hättest du nicht ziehen müssen, weil da bist du ja eh schon, aber an dem. Ja, naja, naja. Ja. Und dann würde ich jetzt nochmal die Speedbrake ausfahren, weil wir sind schon zu hoch. Du musst noch sinken und du bist ziemlich schnell. Insofern ist es nicht falsch, mit uns, äh, die, die jetzt mal rauszuziehen. Was war denn noch, der, die Speedbrake? Quasi ganz unten jetzt am Bildschirm, ja. Der hier auf? Ja, zieh ganz raus. Wow. Das ist also, damit man in der Luft stehen bleiben kann, ne? Mit, mit Siemens Lufthaken wird man dann bedingst. Gut. Ja, wie man sieht, die Geschwindigkeit fällt noch im Flight Freeze, das finde ich auch ein bisschen traurig. Also, Flight Freeze ist ein echt geiler Modus, ich finde es geil, dass wir es haben, auch wenn ich den Namen Active Pause echt komisch finde. Es kommt auch gleich der Sprömmungsabriss. Aua. Es ist schade, dass es nicht richtig funktioniert. Ja, dann machen wir die Pause aus. Okay, liebe Zuschauer, das war schön mit euch. Eigentlich war das auch ein schöner Flieger, leider ist er gleich zu Bruch, wenn wir die Pause beenden. Es sei denn, sie haben wirklich nachgebessert und das schauen wir uns jetzt an. Drei, zwei, ich nehme den Steuerknüppel in die Hand, los. Oh, das, ja. Ich muss mal, ich, ich kann nicht. Ich kann nicht, ja, das war's dann. Ja, gut, ich kann nichts mehr machen. Ja, alles klar. Okay, wir hatten vorhin aber schon mal so ein Problem festgestellt mit dem, mit dem Yoke, ne? Er hat aber reagiert, aber er hat nicht den Raufen runtergezogen, gar nicht. Ja, aber, ähm, stimmt. Ich erinnere mich daran, ich habe ja vorhin einmal getestet, ob alles funktioniert und hatte da festgestellt, oh, mit dem Yoke geht was nicht. Das wollte ich dann noch reparieren oder gucken, woran es liegt. Also wir hatten geguckt, ob er die Steuerungssignale übernimmt auf das, das hat er gemacht. Ich mache mal eben kurz den Autopiloten aus und steuere mal selber und gucke mal, ob es drin geht. Ähm, aber ja, trotzdem, was wir gerade schon mal gesehen haben, es ist, das war viel zu schnell, dass er, er ist ja komplett eskaliert, ne? Er ist ja komplett sofort nach, also wirklich extrem. So, warte mal, ich gehe mal einmal, warte kurz. Gehen kurz, ach, guck mal. Also das Schaukel macht er wirklich nicht mehr, das müssen wir schon mal positiv lobend erwähnen, ne? Würde ich sagen. Genau. So, ich gehe mal raus. Aber mach ruhig den Autostrust an, da drunter. Autostrust? Naja, geht doch gar nicht. Gleich Overspeed. So, das erledigt sich gleich mit dem Overspeed, weil der Autostrust braucht ja Zeit. Ja, aber er reagiert auch jetzt gerade nicht. Also man sieht auch, was ich witzig finde, ist, man sieht auch hier, ne? Der reagiert, seht ihr das? Ja, macht ja auch was. Er redet auch das hier und jetzt reagiert auch die Maschine. Nehmen wir mal an, ich wollte die jetzt gerade ziehen, das geht auch, aber eben ging's definitiv nicht. Okay. Naja, wir probieren das, würde ich sagen, einfach mal, einfach nochmal. Kann es in Pause im Modus liegen? Warte kurz, lass uns mal gucken, ob es in Pause im Modus liegt. Darf ich das machen? Ja. So, wir gehen auf Pause und jetzt gehen wir mal, sagen wir ihm, er soll hier wieder autopilotieren, er soll uns runterbringen, auch wenn wir jetzt nicht landen wollen, auf 3000. Und er soll, was haben wir für einen Kurs, 30, er soll auf Kurs, äh, ne 300, ne? Gehen wir mal auf 320 oder so. So, zack, zack. Okay, jetzt gehe ich auf Pause raus. So, er macht es. Er macht es. Also, das ist interessant, weil ich hätte ihm jetzt vorgeworfen, eigentlich, er ist jetzt ganz stark in die Bank gegangen und ich hätte jetzt vorgeworfen, dass es, äh, äh, was heißt vorgeworfen? Ich hätte gedacht, dass es daran liegt, weil wir ja so unfassbar langsam geworden sind in der Pause. Und dass er deswegen zur Seite wegkippt. Ja gut, dann testen wir das Bauch, dann gehen wir wieder in Pause und ziehen die Luftbremse. Ups. Noch einmal debuggen hier für Anfänger. Äh, und was haben wir noch gemacht beim letzten Mal? Wir hatten, Kurs hatten wir nicht korrigiert, ne? Den hatten wir gelassen. Wir hatten die Höhe nochmal runtergestellt, aber das würde ich jetzt nicht machen. Würdest du höchstens wieder hochstellen oder so. Was haben wir denn noch letztes Mal gemacht? Naja, eigentlich jetzt nur, dass, ich glaube, dass das alles ist, müsstest du jetzt eigentlich nur mit der Geschwindigkeit warten, bis sie da ganz unten am roten Band angekommen ist. Also bei so 150 Knoten. Ah, jetzt gibt er wieder Gas. Ach, wahrscheinlich wird die Höhe. Ah, wegen der Höhe wahrscheinlich. Warte mal. Gehen wir wieder runter. Äh, auf. 2000 oder so, ja. 2000 ist auch gut. Und dann halt einmal dran ziehen. Mhm. Hab ich, glaube ich. Ja. Ja, jetzt drehen die Triebwerke wieder runter. So, jetzt wird... Aber er wird nicht mehr langsam. Es wird draußen gerade auf den Tragflächen, wird gerade ein Container von A nach B geschoben. Das hört man auch. Das ist ein kleiner Rollcontainer. Ist wahrscheinlich gerade die Putzfrau. Jetzt, jetzt macht er. Okay, dann gehen wir gleich raus. Ah, der geht ja auch raus, wenn ich ihn Jog ziehe, ne? Ähm. Ja, du hast da am Daumen diese rote Taste. Also hab ich jetzt auch gar nicht drauf geachtet, ob der rausgeflogen ist. Ne, ich bin rausgegangen. Äh, das wäre natürlich sollen. Ich bin rausgegangen. Ne, wir haben den in der Pause ausgemacht, oder? Nö, ne, haben wir nicht. Okay. Naja, jetzt ist er jedenfalls unten am roten Band angekommen. Jetzt kannst du ja mal ausprobieren, was passiert, wenn du den ausmachst. Pause geht aus in drei, zwei, eins. Ja, und jetzt dreht er komplett zur Seite. Ich versuche jetzt mal nochmal, ich ziehe mal kräftig und steuere nach, jetzt geht der Autopilot raus. Ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe hart, ich ziehe ganz hart. Ich kriege ihn gerade. Aber es geht, der reagiert. Ich bringe ihn nicht ab. Nein, nein. Ja, also ob das jetzt in dem, also tatsächlich muss man jetzt mal sagen, das Problem, was wir hier haben oder worüber wir uns eigentlich beschweren, ist, dass der Pausenmodus nicht richtig funktioniert. Ob das, was danach ist, jetzt physikalisch korrekt war, lässt sich eigentlich insofern schwer beantworten, weil das ja alles auch Effekte von diesem Pausenmodus sind. Natürlich, wenn du so dermaßen langsam bist, dann hast du keine Aerodynamik mehr. Dann kippt der Flieger nach unten wie Sau und dann kannst du den auch nicht einfach hochziehen und erwarten, dass der sofort wieder stabil ist. Das dauert, den hochzuziehen. Du verlierst richtig viel Höhe dabei, weil erst mal hat das Flugzeug Flugeigenschaften von einem Klavier im ersten Moment. Und insofern, dass der jetzt so stark runterging, das ist nicht an sich erst mal völlig abwegig. Ich bin etwas über die Anzeigen verwirrt, die wir dabei gesehen hatten. Die Geschwindigkeit ging ja hoch ohne Ende. Die VLS ist nicht hochgegangen, obwohl du gesagt hast, du hast gezogen, wie blöde. Das hätte sie da aber eigentlich müssen. Doch, sie ist hochgegangen. Also, was auch immer VLS ist, aber die Nase, habe ich ja gemerkt, ist hoch. Ich konnte die abfangen, aber nicht genug. Also, das ist ja so schnell, so schnell, so schnell runtergegangen. Das ging nicht. Ja, aber das dauert natürlich tatsächlich auch ein bisschen, die Nase so hoch zu bekommen. Also, ich fühle mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass das definitiv jetzt nicht realistisch war. Aber was man sagen kann, ist natürlich, die Pausefunktion, die tut so nicht. Aber lasst uns doch trotzdem noch mal probieren, ob wir eine Landung hinbekommen. Da ist die Frage, sollen wir eine kleine, die Folge ist sowieso fast vorbei. Ja. Und würde ich sagen, können wir uns ja gleich zwischen den Folgen noch mal zu einer vernünftigen Position fliegen, von der wir es ausprobieren würden und dann noch mal wieder einsteigen. Ich würde aber gerne eine Sache noch testen hier in dieser Folge. Und zwar, ich würde jetzt noch mal die Geschwindigkeit fallen lassen, die Pause deaktivieren, wieder aktivieren und gucken, ob er die Geschwindigkeit da wieder hochdreht. Weil er merkt, oh, ja, in dieser Pause ist irgendwas schiefgelaufen. Weißt du, wie ich meine? So, das heißt, wir haben jetzt hier, wir haben die Luftbremse drin, wir haben die Höhe wieder auf 3000. Wir haben den Kurs jetzt nicht geändert, aber gut. Und er fällt. Weil es kann, also, ich glaube schon, dass viele Leute wirklich diese Pausefunktion auch wirklich nutzen, um erstmal in das Spiel reinzukommen. Es wäre schade, wenn die jedes Mal, wenn die gerade irgendwie kurz was einstellen wollen, was natürlich in der Realität so nicht funktionieren würde, dann jedes Mal abstürzen. Das wäre natürlich, das wäre nicht gut. Das würde ich nur ganz kurz noch testen. Also, dass wir die Speedbrake draußen hatten, hat das Ganze natürlich jetzt auch noch verstärkt. Gerade eben das Problem, was du hattest beim Abfangen. Weil die Speedbrake, die ist dann schon hinderlich in so einer Situation. So, jetzt fahren wir drunter. Jetzt ziehe ich mal, jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe jetzt den Yoke jetzt schon mal ganz nach hinten. Und dann gehe ich aus der Pause raus. Eifel geht jetzt. Okay, klar. Und jetzt nimmt der Speed wieder auf. So würde es gehen, ne? Zack, jetzt passt es wieder. Also, so kann man das, also so könnte man dieses Problem beheben. Also, wir haben ihn jetzt wieder auf Geschwindigkeit, trotz Luftbremse, trotz Pause beenden, indem ich einfach schon vorher die Nase heftig gezogen habe. Ja, aber guck mal, was da nicht stimmt. Deine Vertical Speed rechts, die zeigt an, dass du mit 2000 Fuß pro Sekunde, äh, pro Minute singst. Und die Höhe steht festgebacken auf 4000 Fuß und bewegt sich kein bisschen. Weil ich wieder auf Pause bin. Ach so, du bist wieder auf Pause. Ach ja, okay. Okay, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Ja, jetzt fängt es da. Okay, jetzt ist es abgestürzt. Und es ist auch, reagiert auch, ne? Wisst ihr, jetzt kann ich... Okay, jetzt verstehe ich auch überhaupt erst, was du, was du meintest mit dem Pause, deaktivieren und wieder aktivieren. Okay, gut. Also, so würde es ja wieder, das würde ja wieder einigermaßen hinkommen, so, ne? Aber gut. Also, so kann man den Fehler beheben, wenn ihr merkt, eure Stromung reißt ab, weil er in der Pause runter geht. Und bevor er die Pause ausmacht, zieht ihr die Nase ganz nach oben. Und gut ist. Und macht die Pause wieder an. Und dann die Pause aus. Nein, nein, aus. Also nochmal, ich zeige es nochmal. Wir waren ganz kurz noch. Wir waren auf Pause. Also, ich gehe jetzt auf Pause. Zack. Jetzt fängt gleich dann irgendwann hier das Ding an, wieder runterzufallen. Geht in den roten Bereich. Dann zieht ihr den Yoke ganz zurück. Also, Nase ganz hoch, während ihr noch in der Pause seid. Drückt dann auf Pause, beenden. So, und dann passiert das hier. Ihr seht, wie, wenn ich die Pause beende, das sieht man auch total gut. Warte mal. Achte mal auf den Höhen, die Anzeige des Climbs. Achte mal drauf. Warte mal. Ja, ich glaube, wir sollten das nicht zu sehr darauf... Also, was das ist... Das ist halt... Ich bin... Ich komme aus der Qualitätssicherung. Ja, und wenn du so eine Sache hast, dann musst du die erstmal für dich einmal kurz beenden. Pass auf. Achte mal auf den Climb, ja. Jetzt wird er leider nicht langsamer, aber achten wir nur auf den Climb. Ich ziehe jetzt den Yoke komplett zurück. Nichts passiert. Und gerade war es so, als ich aus der Pause rausgegangen bin, ist der Climb nach unten gefallen und dann nach oben gestiegen. Und dann war es wieder richtig. So, ich gehe mal raus. Achtung. Wieso wird er jetzt immer schneller? Naja. Ich gehe mal raus. Drei, zwei, eins. Jetzt. Siehst du? Der fällt nach der Pause einmal ganz runter und dann geht er hoch. Das wollte ich zeigen noch. Okay, interessant. Interessant. Sorry, dass ich jetzt gerade mal hier das Steuer übernommen habe. Aber ich glaube, wir können sagen, Pause ist doof. Genau. Also was wir jetzt gezeigt haben, das war jetzt keine Darstellung von Flugverhalten oder was irgendwie Realität, sondern was wir gerade gezeigt haben, ist eigentlich hier, wie reagiert dieser Simulator hier konkret im Zusammenhang mit dem Pausenmodus. Ich hoffe, da kommt noch ein Fix raus. Was hast du jetzt gedrückt? Was machst du da? Ich hatte eigentlich nur kurz die, den Autopilot wieder eingeschaltet. Das ist irgendwie, also. Ich hatte nur den Autopilot wieder eingeschaltet und gut, egal. Wir fliegen jetzt für euch eben kurz an der Position, wo wir landen. Bis gleich. Ja, genau. Nächstes Mal versuchen wir es nochmal wieder, ähm, wieder richtig. Genau. Das war jetzt mein Fehler. Tschüss. Tschüss.